Sind Ärzte anwesend? Ich frag für einen Freund. Ich frag für einen Freund! Ich weiß gar nicht. Mit der Tai Chi Akademie. Zu der Zeit des bösen Cs hätte ich nicht gedacht, dass mich Twitch wieder ins Gaming bringe... Willi Oldmanstuff ist da und ist hierher gekommen, um sein Testament zu machen. Möchtest du noch etwas sagen? In den letzten Worte? Ja. War schön, dass ich da sein durfte. Geht dann jetzt, ne? Bus fährt. Bus fährt. Für diejenigen, die diesen Menschen hier noch nicht kennen. Wir kennen uns seit... 15 Jahren? Ja, sagen wir 15. Nicht 30. Scheiße. 30. Dieser wunderschöne junge Mensch hätte auch gern einen Partner. Bitte? Das wär doch geil, oder? Twitch-Partner. Ach so. Twitch-Partner Willi. Ich dachte schon. Ja, ich hätte auch gern eine Partnerin. Oder ich wär auch gern Partner. Ja. Also, ich geb liebe Strandspaziergänge. Irgendwie geht das näher. Ja, Partner wär cool. Ich bin gespannt, wie viel Hypetrains heute in 10 Stunden geplanten Streamen passieren werden. 10? Ja. Ja, ich will's mir drickig geben heute. Aha. Mach ich später auch noch. Der ganze... Nach dem Stream. Richtig kreisen. Richtig kreisen. Richtig kreisen. Genau. Weil ganz viele Leute machen dann nur so hin und her. Ja, das kenn ich vom Zigaretten austreten. Das war ganz genau. Schlecht. Auch falls Kinder zuschauen und so. Sieht cool aus, ist aber scheiße. Ja, sieht auch nicht cool aus. Stinkt beim Knutschen. Okay. Ah, weiter. Ja. Oh, schütteln? Wen? Ah. Ich seh schon, der bringt mich heute ab. Versuch den mal nicht seitlich zu drehen, sondern nach vorne, dass in die Hüfte rumkommt. Nach vorne? Ja. Dann fest aber auch den Boden. Ja, genau. Fest auf den Boden und du gehst jetzt so tief runter, wie es geht. Da müssen wir nachher dran. Du erinnerst mich dran? Wadedehnen. Ne? Ja. Chelsea hat gestern mit mir noch sehr lange rumgebastelt an dem Setup unten und wir haben noch einiges verbessert. So. Außen und innen. An welchem Setup habt ihr gebastelt unten? Einfach Look vom OBS und so. Achso. Du nennst ihn OBS? Gut. Du nennst ihn OBS? Oh, ich muss mich konzentrieren. Ich mach den fertig heute. So, Challenge. Ja, okay. Du machst mich fertig. Alles klar. Cool. Starke Beine, gutes Kung Fu. Schwache Beine, schlechtes Kung Fu. Keine Hose, keine Probleme. Ich bin quasi für alle, die das gerne mitmachen beim Sportstream bin ich auch gerne dafür da euch zu zeigen und dass er an mir verbessern kann. Ja, genau. Hier, Rückengrad. Siehst du? Sieht so schick aus. Alles klar, ist okay. Entschuldigung. Ist doch keine 22 Uhr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Knie haben wir warm gemacht. Okay. Ja. Leute, ich... Ich kann mich echt nicht konzentrieren mit dem Penner. Unfassbar. Das ist aber auch meine Aufgabe hier. Okay, und jetzt? Du mal innen, außen. Jetzt haben wir ja außen, innen gemacht. Richtig? Wenn du es sagst. Du mal innen, außen. Zack. Immer atmen. Solange du keinen Eimer brauchst, ist alles gut. Müsst du hier oben noch irgendwo rumstehen? Praktisch. Soll ich mal gucken, wo er ist? Ja. Ich such mal kurz... Ah, ja. Wie geht es dir im Chat eigentlich? Seid ihr noch da? Macht ihr fleißig mit. Todsbrechereimer. Der war von dem Stream mit Mirko hier oben. Stellengeheben. Ja, aber nicht so weit weg, ne? Okay. Alles klar. Okay. Und deswegen... Hier, immer zurückziehen. Direkt zurückziehen kenne ich. Damit kenne ich mich aus, ja. Direkt wieder raus. Ist das deine Verhütungsmethode? Ja, genau. Nur kurz blipf und weg. Jaun-Gun gehört. Oh Gott, warum lasse ich mich darauf ein? Okay. Weiß nicht. Die Hähnchenflügel. Die Hähnchenflügel? Passen zum Hühnerpust. Komisch. Wirklich, wirklich komisch. Ich guck mal. Das könnte sein. Was ist das? Also würde ich so stehen. Man sieht es wegen der Hosenlicht. Die ist ein bisschen breiter, falls ihr das nicht gesehen habt. Jörg, wenn du willst, kannst du rein. Leute, ich habe gesehen, was er drunter hat. Pst. Irgendwas war da rosa, oder ganz genau, ja. Schieße-Fang. Ne, das heißt Schisser. Schieße-Fang. Die habe ich sonst immer an, ja. Die habe ich an, wenn ich den Horror-Stream mache. Ja, genau. Atme nicht vergessen. Ach ja. Zwei. Vier. Fünf. Seizehn. Eins. Neun. Suchen. Zier. Hörs. Kaffee. Tasse. Fünf. Fünf. Koordination. Sechs. Sieh. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwo. Drei. Bewege deinen Arsch. Sechs. Sieben. Oh Gott. Acht. Neun. Alles gut? Wie heißt das? ASMR, ne? Schreibt all euren Freunden, dass sie vorbeikommen sollen. Dass sie ein Follow dalassen sollen. Und haltet uns hier auf dem Laufenden, wie die Followerzahlen steigen. Okay. Kriegen wir das hin? Da bleibt der Stream online. Außer er wird gesperrt. Warum sollte der gesperrt werden? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Du bist hier. Das reicht. Oh Gott. Jetzt vielleicht auch Zeit dafür zu sorgen, dass er gesperrt wird. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir den... Puh. Ist ja auch so warm eigentlich. Okay. Nächste Runde. Wir können. Entschuldigung. Ich muss gerade irgendwie den Augenkrebs verkriegen. Oh. Warte. Da liegt was. Hihi. Mit dem nötigen Ernst, bitte, Jörg. Mit dem nötigen Ernst. Oh Gott. So. Auf und gekriegt hier oben. Okay. Konzentrier dich, Mann. Also bei mir hat das ein bisschen was von Schuhblattle. Jetzt nicht. Weiter geht's. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Wenn wir diese Übung beide mit dem Rücken zu euch machen sollen, dann müsst ihr aber euch ein bisschen Mühe geben. Ich bin billiger, aber ich bin Musiker. Weißt du, das ist so, ja, ich bin eine Bitch, aber eine teure. Hoch. Immer bis knapp vorm Boden und wieder hoch. Okay. Das ist ziemlich verschwommen. Das soll es nicht sein. Moment. Moment. Wo ist hier die Kamera? Wir haben versucht, die Kamera vorhin schon einzustellen. Der Autofokus funktioniert jetzt super. Dankeschön für nix. Kannst du noch mal zeigen, weil dir ist das ja eher scharf. Vorher war ja unscharf. Hab ich nicht gesehen. Sechs. Sieben. Ach, du sagst mal Bescheid, wenn der hinterher anfängt zu brennen. Okay. Du siehst es an dem Stream. Kommt Dampf raus. Ich wollte doch eigentlich den Typen fertig machen. Der macht mich fertig. Unfassbar. Oh Gott. Ich krieg den Stream gesperrt. Ich seh es kommen. Ich hab extra eine Unterhose heute mal angezogen. Nicht so wie sonst. Oh Gott. Für die, äh, hier, äh, Maximus. Luteus Maximus. Genau, der. Irgendso ein Gladiator war das, ne? Da, hier. Wenn man fit ist, kann man da alles möglich machen. Kannst du auch so sagen. Guck mal. Dann wären wir doch gerne eine Frau, oder? Oder wenigstens Bi. Come to the dark side, baby. Die Hinweise von dir sind sehr gut, sehr wichtig. Manchmal sind es wirklich Zentimeter, die da Unterschied machen. Ihr Frauen kennt das. Äh, das wirklich nicht hier rein spüren, sondern da rein spüren und so. Dankeschön. So, das, Abo. Ich glaub, genau. Ich glaub, du drehst dich besser so rum. Uh, uh, uh. Okay. Aber so viel zu Toki. Alter, trainier. Ah ja, Entschuldigung. Bewegt deinen Arsch. Ja. Alter, was ist denn das? Aber das gefällt mir. Ein Maxi-Rollator hat jemand geschrieben. Ein Maxi... Oh, sehr geil. Ein Maxi-Rollator. Okay. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine heutige Skulptur braucht noch einen Namen. Dann, bitte schreiben Sie sie jetzt in den Chat. Dankeschön. Ausharren, bitte. Der Chat ist noch nicht so sicher. Okay. Kunst muss wirken. Leute, es ist Zeit, um den Typen jetzt endlich mal das Mauer zu stopfen. Okay. Das ist nicht so einfach. Ach, das geht. Das ist ein Schalter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles klar Leute, wir haben Willi offiziell zerstört. Ja, Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Komm, ihr mit ihr wünscht bestimmt Folgestreams von diesem Duo hier. Das muss reichen. Ja, finde ich auch. Gutes Bild.